herzlich willkommen liebe zuschauer zu folge 4 in the club jetzt geht es auf den ocean liner und jetzt überlege ich mir welchen spieler ich nehme mal renwick als hat er mir gar nicht den intro video gezeigt naja egal ist da nicht so wild wir wissen ja warum es in diesem spiel geht ja Das war's für heute. Ah, ich dachte, das wäre eine Scheibe. Ah, bei dem Ocean Liner sind wohl die Piraten irgendwann mal eingestiegen und haben ihn gekapert. Ah, das war's für heute. Ah, das war's für heute. Das war's für heute eigentlich, oder nicht? Ah, man kann die Dinger auch aufschießen. Das hätte ich mal vorher machen können. Boah, ich hatte eigentlich das Gefühl, ich bin ziemlich schlecht gewesen und trotzdem noch den vierten Platz geholt. Okay. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh, wie ist denn das jetzt wieder passiert? Ich war da noch total voll, oder nicht? Habe ich das so ver... Das war's für heute. Oh, 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 erster. Oh, das war's für heute. 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 Ja komm schon Ja der gute Rennick ist nicht ganz so stark. Auch wenn er eigentlich stark aussieht. Ich bin ja fast tot. Jetzt wirf halt ne Granate. Ja das wars. Ok? Das ist so cool. Jetzt werden wir mal, um die Schnellbewegung zu schützen. Das ist immer noch ein Ausdruck. Das ist wichtig, dass die Schnellbewegung mehr im Balanch결zierung für den Schnellbewegung von Resismus bei den Steiger. Das ist doch auch ein Auto. Das stimmt. Wäre irgendwie ganz cool, wenn die einzelnen Charaktere noch so Lieblingswaffen hätten, mit denen sie irgendwie besonders gut sind oder halt nicht gut. Damit es auch einen Grund gibt, die zu benutzen, diese Waffen. Ja, ich meine, die Shotgun ist schon gut, aber wesentlich bessere Waffen. Ja, ich meine, die sind schon gut. Ja, ich meine, die sind schon gut. Ach, Mann! Wo war denn der jetzt plötzlich? Warum... Blöde Shotgun. Du bist so schwach. Headshot. 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 Untertitelung. BR 2018 Das war's. Wo geht's weiter? Ah, hier. Das war keine gute Runde. Also ich glaube nicht, dass ich mit Runic hier am Ende wenigstens aufs Treppchen komme. Das glaube ich nicht wirklich. Ja gut, dritter. Ja, das ist ein relativ kurzer Level. Okay, drei Minuten überleben. Okay. 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 Let's go. Okay. 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 Good. Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das könnte gut werden. Das war's für heute. 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 Not again! Das war's für heute. Oh je, das ist aber mehr als knapp hier. Ach, wieder den falschen Weg genommen. Ich muss ja nach oben gehen. Das war's für heute. Das war's für heute. Was das auch ist, weiß ich auch nicht. Rico Slay, was das sein soll. Das war's für heute. Mach dich weg. Das war's für heute. Das war's für heute. Letzte Runde. Oh, was war's für heute? Oh, was war denn da los? Was war's für heute? Das ist das... Das ist das Game kurz... mal ausgerastet. oder das Spiel... ich das gern wir haben gewonnen Oh, er ist da und ich habe eine Menge Pause gehabt zwischen dem letzten Video und jetzt der gedacht, ich müsste mich erst wieder einspielen bin ja fast auf Platz 1 ich will mich ja nicht selber loben Naah Gut Das ist nicht so weit. Ah, den habe ich gesehen. Ah, die Zeit habe ich mir noch genommen, den Heavy zu killen. Aber wobei, jetzt habe ich eine ganze Menge an Health-Bonus verloren, wahrscheinlich. Keine Ahnung, ob es das wert war. Zweiter, ein guter zweiter Platz. Oh, hat er gerade gesoffen oder was? Ja. Hat er sich versucht, hochzunehmen oder was? Naja, keine Ahnung. Ist ja auch nicht so wichtig. Okay, das war der Ocean Liner und im nächsten Video geht es weiter mit Warehouse. Danke fürs Zuschauen, Leute. Bis zum nächsten Mal.